ähm ich mein what the fuck wir sind gerade zu uns hier's google joint und auf einmal neue operation digger. yo corner warum lädt das? 13.25 huch. yo dauert 12 minuten. kannst du mir aber mal erzählen digger warum oh my god man drück mal auf play mission alter. what the fuck alter. huch. wir haben noch keinen pass gekauft sie können trotzdem mission spielen dann spielen und in jederzeit einen pass kaufen alle belohnen für ein foto. oh my god. wie geil das aussieht. huch. kannst du mir mal erklären warum. ja digger man kriegt halt kisten aber keine keys dafür das ist halt auch wucher alter. keine ahnung. gibt es denn da überhaupt so eine kiste. die mac 10. ey connor guck dir die kiste an und guck dir die mac 10 an. wo sehe ich die. wenn du spezial gegen. also wenn du hier belohnungsvorschau gehst. dann gehst du auf die kisten. belohnungsvorschau ist das. ey erik hast du die kisten. hast du ja ja ich sehe es aus. die mac 10. sieht echt fett aus. die mac 10 ist sick. ach da oh my god sieht das geil aus. die avp. die tag 9 dezimierer ne. jungen allein die ip 2000 sieht ja schon porno aus. die 2000. die mp7 auch. oh my god wie geil. die mac 10 ist. dsg heilige scheiße. ja ich glaube das wird ganz geil wenn die operation kommt. ich hole mir auf jeden fall den pass. 13 euro bye bye. aber ich mein. das sucht. ich muss so dringend suchten. bye bye youtube. ja was soll ich dir. ja so Vielen Dank.